Im Herbst steht ja wieder die Bundestagswahl bei uns in Deutschland an. Da gibt es bestimmt auch einige heiße Themen, die für Freelancer und Selbstständige interessant sind. Wer sich hier auskennt, ist der Andreas Lutz vom VGSD. Andreas, was gibt es denn so für Themen, die zur Bundestagswahl besonders für Selbstständige im Freelancer interessant werden? Die Themen sind Sozialversicherung und Rechtssicherheit, dann Bürokratie und Gründungsförderung. Das sind im Grunde die drei Themen, die in dieser Reihenfolge unsere Mitglieder und die meisten Selbstständigen am meisten interessieren. Ganz vorne das Thema Sozialversicherung, weil da geht es halt richtig um viel Geld. Also wenn zum Beispiel eine Rentenversicherungspflicht eingeführt würde, würde das ja bedeuten, dass man knapp 20 Prozent des Einkommens in die Rentenversicherung einbezahlt und das kommt zusätzlich zur Krankenversicherung, zur Pflegeversicherung, eventuell Arbeitslosenversicherung und zur Steuer. Und das kann sich dann auf einen Grenzsteuersatz von über 60 Prozent summieren. Denn was viele Politiker nicht bedenken, ist, dass Selbstständige nicht nur hohe Steuern, auch nochmal Gewerbesteuer zum Beispiel bezahlen, sondern dass sie auch die Sozialabgaben ganz alleine tragen müssen. Also Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil in einer Person. Jetzt kann man davon zwar ein Teil steuerlich absetzen, aber eben auch nur ein Teil. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann kommt man auch eben auf Grenzbelastungen, die über 60 Prozent liegen können und das müssen wir verhindern. Welche Themen muss ich mir denn in den Parteiprogrammen zum Beispiel der einzelnen Parteien gut anschauen, ohne jetzt speziell irgendwelche Empfehlungen zu geben, aber wer hat sich denn aktuell wo positioniert bei diesen Themen? Also interessant oder die meisten Informationen wird man im Bereich Arbeit und Soziales und Steuern sehen. Bei den Krankenversicherungsmindestbeiträgen ist es so, dass die Parteien des linken Spektrums, also Grüne, SPD, Linke, auf jeden Fall eine Absenkung der Krankenversicherungsbeiträge wollen. Dazu auch verschiedene Anträge schon reingegeben haben. Sie wollen eine Absenkung auf eine Bemessungsgrundlage von 450 Euro. Das wäre also ein großer Fortschritt für zum Beispiel nebenberuflich Selbstständige oder alle, die relativ wenig als Selbstständige verdienen. Allerdings würde das Geld dann nicht mehr bei ihnen bleiben, sondern das würde dann in die Rentenversicherungspflicht reingehen, die diese Parteien haben wollen. Bei der CDU ist es so, dass sie sich da noch nicht so klar positioniert hat. Wir arbeiten daran, auch der Union eben zu verdeutlichen, dass eine Absenkung dieser Mindestbeiträge dringend nötig wäre. Zum Thema Rentenversicherung ist es bei der Union auch noch etwas offen. Es gibt eine offizielle Parteilinie, die eben sagt, man möchte keine Renten, sondern eine Altersvorsorgepflicht. Also auch da müssen die Selbstständigen nachweisen, dass sie Geld abführen. Aber sie haben eine gewisse Wahlmöglichkeit. Also sie können das zum Beispiel auch in eine private Basisrente tun und so viel Alter vorsorgen. Und zum Thema Scheinselbstständigkeit, da sind die Positionen auch relativ klar verteilt. Die SPD ist stolz auf das, was sie da erkämpft hat. Wir halten das ja für keine Verbesserung, wünschen uns mehr Rechtssicherheit. Von daher werden wir uns dafür einsetzen, dass es da nach der Wahl eine Revision des Gesetzes gibt, dass das nochmal angepackt wird und dass man entweder eben diese Praxis der Rentenversicherung nachvollziehbarer macht oder eben Positivkriterien einführt. Super, vielen Dank. Gerne, danke. Die Bundestagswahl wird also auch für Selbstständige in diesem Jahr ein interessantes Thema sein. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und bestimmt irgendwie im Laufe des Sommers nochmal beim VGSD vorbeischauen und nach dem aktuellen Stand fragen. Wer das nicht verpassen will und auch andere Videos zum Thema Selbstständigkeit, Freelancertum und so weiter jederzeit abrufbar für sich sehen möchte, der kann einfach unseren YouTube-Channel abonnieren. Das funktioniert, indem er hier auf das Haftpflichtziegel klickt. Das ist kostenlos und ihr werdet jederzeit informiert, wenn es von uns neue Videos gibt.